Dann wird gegessen und dann folgen wir den Weg dann nach Norden. Verstaut? Ja. Ja. Jawohl. Ja, das ist wirklich ein breiter Weg mal. Das könnte bedeuten, dass wir das Ende gefunden haben. Nein, eine Sackgasse mal wieder. Ist aber halb so wild. Wir gehen einfach hier lang. Wow. Was bedeutet denn weder, dass wir den richtigen oder den falschen Weg gefunden haben? Ja. Also speichern wir mal hier wieder drüber. Jawohl. 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 Hier gäbe es mal wieder Nahrung. Sackgasse oder Weg weiter? Sackgasse. Okay. ja muss ja 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 Er heilt sich langsam wieder. Da respawnen schon die Gegner. Ja, ich bin nicht mehr. Ja, wie? Ja, wie? Ja, wie? Rauchte out. Ja, wie? Hier höre ich auch schon wieder Eulen. Hier höre ich auch schon wieder. Hier höre ich auch schon wieder. Gut, an der Stelle können wir dann wieder eine Rast einlegen. Ja, du bist schon wieder bei 66%. Da kommen die Gegner schon wieder. Gehen wir mal hier lang. Sag mal hier oben, ich gehe jetzt gerade irgendwie nach Intuition und nach Twilight Error. Und hoffe ich bald mal wieder Nahrung zu finden, weil hier ist gerade echt Flaute. Nahrung. Nahrung. Okay, kaum sind die einen tot. Gut, Spawn schon neuer. Äh ne, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte, dass ihr esst. Ja. 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 Ja, das war bevor die Entsatz-Truppen des Gegners hier sind. Wär ich gerne woanders. sicherheitshalber hier langweiter goldnuckets das ist neu das kann entweder bedeuten dass wir hier endlich mal richtig sind nur ja ich habe bis jetzt noch keine goldnuckets gesehen die entwickler werden die doch nicht zum spaß eingebaut haben oder hier oben ist essen hier unten ist gold ja 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 Ja, 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 ja. Ja. Wasst du? Ja, wel? Gut. Ja. Ja, okay. Hm. Hm. Okay. Ist die Frage, gehe ich zurück und gehe den Goldweg entlang oder gehe ich hier entlang? Ja. Ich würde aber fast den Goldweg nehmen. Ja. Hm. Ja, okay. 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 Wobei ich könnte hier speichern. Jetzt gucken wir noch den Goldweg entlang. Und demnächst sollten wir mal wieder einen Cut machen. Den Weg entlang, bitte. Watch out. Watch out. Und ja, in der nächsten Aufnahme-Session will ich höchstens zwei, maximal drei Folgen an diese Höhle verschwenden. Okay, die Goldspur ist zu Ende. Ist das jetzt gut oder schlecht? Jawel. 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 Okay, ich würde mal sagen, da hier nochmal Nahrung ist, wir sowieso wieder alle hungrig sind. Und werde ich hier speichern. Ja. Und dann machen wir erst einmal einen Cut. Und das ist in der nächsten Folge. Also, bis gleich. Und dann machen wir's eigentlich. Und da haben wir alles.